Offizielle Aussagen vom Ministerium. Robert Habeck, Energiewende sichert Wohlstand in Deutschland. Robert Habeck verkündet heute offiziell, Energiewende sichert Wohlstand in Deutschland. Hier die Aussagen im Detail. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck verkündet aktuell höchst offiziell per Mitteilung aus dem Ministerium, die Energiewende sichert Wohlstand in Deutschland. Die heutigen Einkaufsmanager-Daten für Deutschland zeigen eine noch schlechtere konjunkturelle Lage. Das IFO-Institut hat erst heute seine Prognose für das Wirtschaftswachstum nach unten korrigiert. Die Energiewende wird viel, sehr viel Geld kosten. Unternehmen und Bürger spüren die Mehrbelastungen auch durch hohe Stromkosten, durch indirekte Steuern und Bürokratie. Unternehmen wandern ab, siehe jüngst der Solarhersteller Mayer Burger, der in Sachsen die Fertigung dicht macht, die Koffer packt und in die USA umsiedelt. Sie wollen mehr darüber erfahren? Den vollständigen Artikel können Sie auf finanzmarktwelt.de lesen.